Ja, hallo liebe Leute, wir gehen jetzt nach Rom. Wollen wir nicht viel sagen. Muss man nicht viel sagen. Doch, wollen wir schon sagen. Also wir sind jetzt in Rom. Ja, halt auf dem Flughafen. Ja, jetzt nehmen wir... Okay, jetzt müssen wir hier auch zumachen. So. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal erzählen, was wir denn hier machen. Das ist so ganz Rom. Und ich denke, hauptsächlichen Sachen, die man so aus Rom kennt, sind hier das Kolosseum natürlich, dann hier der Petersdom mit der Vatikanstadt hinten dran. Und sonst hier ist vor allem so die Innenstadt. Wir sind natürlich jetzt erst abends losgeflogen oder so, deshalb werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Aber ich denke, wir gehen jetzt noch was fest. Wir gehen jetzt noch was fest. Wir gehen jetzt noch ein bisschen lang und zeigen euch nochmal ein bisschen coole Cinematics von der Stadt und so. Also ich muss sagen, es ist echt eine wunderschöne Stadt, oder? Wie findest du sie bis jetzt? Super. Hier seht ihr hinter mir dieses wunderschöne Gebäude. Und ich muss sagen, gerade mit dem abendlichen Licht und so sieht es echt mega toll aus. Morgen schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Heute war es erstmal so ein erster kleiner Einblick. Ich hoffe euch hat es gefallen und viel Spaß und vielleicht auch morgen auch noch mal vorbei. Tschüss. Hier sind die